Begrüßen Sie bitte den besten Lehrer des Jahres, Professor Magister, Magister Andreas Ferner. Bitte aufstehen. Wir haben was ganz Spezielles für euch vorbereitet. Ihr seht da vorne schon Hämmer, Nägel. Wir werden jetzt mit euch Nageln machen. Ich höre Nageln? Der Herr Banski wieder mal sehr pubertär, aber es passt schon. Kein Problem. Okay, ich würde sagen, nach diesem Bewerb habt ihr euch wirklich mal eine große Pause verdient. Liebe Zuschauer, wir machen wirklich jetzt große Pause, keine Werbepause. Nicht wegschalten, sondern versäumen Sie das Beste. Dankeschön. Hallo, ich mache jetzt mit einem Ford Focus. Da hinten steht ein Verkehrszeichen-Test. Also ich trete gegen das Auto an, wer schneller das Verkehrszeichen erkennt. Es geht um Tempolimit, es geht um Überholverbot und die Aufhebung von demgleichen. Und wir schauen, wer gewinnt. Also ich bin mir sicher, ich gewinne, aber egal. Viele Fußballer sind ja heutzutage, also die Stars wie Cristiano Ronaldo, Rooney. Nicht nur wegen ihrer Leistung am Spielfeld in den Medien, sondern auch wegen ihrer Sexaffären. Von dir hat man sowas nie gehört. Wieso ist das so? Ja, ich habe keine Sexaffären gehabt und es war eine ganz andere Zeit. Verloren in der Pfarre. Die Maschine, die hat mehr zum Stehen kommen. Okay. Aber der zum Mühe. Ja, super. Jede Minute kostet den. Aber das nicht langsamer machen. Nein, langsamer gerne. Okay. Das ist die Produktion. Hier steht man auf Ranghauer. Also am Wochenende. Die Center. Ja gut, geht sich vielleicht aus für Sponsionsparty. Also du weißt schon, wann du den Urlaub machst? Was machst du? Ich fahre nach Kärnten. Ich habe meint, was du beruflich machst. Das ist ja Wahnsinn. Warte, ich habe kurz was vergessen. Ich komme gleich wieder. Warte, ich komme gleich wieder. Überleg dir inzwischen, was du arbeitest. Vielleicht fällt der Job ein. Wie kommt man eigentlich zu einer Hauptrolle hier in Österreich? Vor allem auch als Deutscher und so. Also jetzt nicht wegen mir, aber mich würde es interessieren, wie kommt man zu einer... Jetzt wartet ihr auf die große Geschichte mit der Besetzungscouch. Nein, nein. Also ich bin ja unterstützendes Mitglied bei den Roten Nasen. Das ist eine selbsttiefe Gruppe zur Behandlung von alkoholverfärbten Hautfärbungen. Und da treffen wir uns immer in Floridsdorf beim Würstchenstand. Mehr von mir gibt es auf meiner Webseite, auf Facebook und auf YouTube.